so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es das skydance sortiment vom freismann ja gekauft habe ich das für 13 euro habe ich zumindest erworben ja ich stehe noch ein paar daten drauf ja was haben wir hier so drin auf jeden fall viele raketen die sind auch manchmal doppelt haben wir auf jeden fall die crackling dann hier die red peony hier oben haben wir noch steht hier white glitter und was noch und crackling und hier ist zum beispiel eine green peony würde ich sagen da machen wir jetzt auf jeden fall von jeder rakete also von jeder sorte eine und ja sehen wir uns gleich draußen zur zündung bis gleich so jetzt machen wir das skydance leute und jetzt mal gucken und der eine und der und der und der das sind viele unterschiedliche pakete das waren das okay so hier machen wir die mal viel spaß fangen wir an mit der green peony könnte glaube ich nicht lesen definitiv green jetzt red peony die ist irgendwie blau hergemacht das was zu sagen hat ich weiß nicht die war aber krasse steig höhe jetzt noch eine red peony auch hier schön rot haben wir hier noch eine red peony und crackling was ist das denn white glitter and crackling machen wir mal beide oh ja und jetzt so eine double ring einfach weil ich bock habe das skydance kann man sich auf jeden fall zulegen für zwölf leuten sind ja glaube ich über 20 raketen drin nur teilweise sehr kleine effekte aber das geht voll klar dann sehen wir uns im nächsten video haut rein bis dann und tschau bis zum bis zum Bis zum nächsten Mal.